Ich bin Christian Peterec, ich bin schon seit, was haben wir, 2022, also seit 22 Jahren hier. Und ich war damals Azubi und mittlerweile bin ich Senior Business Applications Developer. In den 22 Jahren habe ich viel gesehen. Letztendlich alles, was ich gelernt habe, habe ich hier gelernt. Über die Jahre sind viele von meinen Kollegen auch zu Freunden geworden. Wir gehen weg, unternehmen Dinge. Mit ein paar von denen habe ich eine Band gegründet. Und manchmal spielen wir dann auch in München und da kommen dann auch wiederum einige unserer Kollegen, um uns zuzuschauen. Also mein Hauptprojekt ist QuoteBase. Das ist ein Angebotstool, also CPQ. Und das betreue ich jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren. Das ist so ein bisschen mein Baby. Und irgendwie ist es ganz witzig, dass in jedem Angebot, das seit den letzten 15 Jahren gemacht wurde, irgendwie so ein bisschen ich drinsteckt. Ja, manchmal, wenn wir irgendwie ein größeres Problem bei einem Projekt haben, dann können wir auch direkt die Leute anrufen, die wir dazu brauchen, um das Problem zu lösen. Es fühlt sich dann manchmal so ein bisschen an, wie als würden wir in einer kleinen Firma arbeiten, 50 oder vielleicht 200 Leute, wie damals, als ich angefangen habe. Aber mittlerweile sind wir halt 2000. Ich finde es cool, dass mein Team sehr, sehr klein ist. Wir sind nur zu fünft. Und trotzdem sind wir aus fünf verschiedenen Ländern. Südafrika, USA, Rumänien und Argentinien. Und das führt dann natürlich dazu, dass man aus der ganzen Welt letztendlich Einflüsse bekommt. Ich finde die Gedanken großartig, dass ich letztendlich Leuten helfe, die Leuten helfen, andere Leute zu heilen. Ich finde die Gedanken großartig, dass ich jetzt nicht mehr so ein bisschen 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 mehr